A2.0. Gegeben ist das Dreieck ABC mit Seitenlängen AB gleich 4 cm, BC 10 cm und AC 12 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Und A2.1 berechnen Sie das Maß des Winkels BAC. Bevor wir im Rechnen beginnen, einmal eintragen, wo es in welche Seiten zu finden oder welche Angaben haben wir. Wir haben die Strecke AB mit 4 cm, wir haben BC mit 10 cm und AC mit 12. So, man sollte den Winkel BAC berechnen, der liegt hier oben. Wie groß ist dieser Winkel? Ja, wir fangen mal an, wir schauen uns das Dreieck an. Ich stelle mir da mal folgende Fragen, ist das Dreieck rechtwinklig ja oder nein? Wenn ja, dann kann ich Sinus, Kosinus, Tankens oder Pythagoras benutzen. Wenn nein, geht es eigentlich nur mit dem Sinussatz oder Kosinussatz. Wir haben ja keinen rechten Winkel drin, beziehungsweise wissen es nicht, aber es sieht so aus. Das heißt, Sinussatz oder Kosinussatz kann ich zum Beispiel in meine Formelsammlung reinschauen. Und dann finde ich hier Informationen über den Sinussatz oder den Kosinussatz. Überprüfe mal schnell, welche Formel würde funktionieren. Beim Sinussatz bräuchte ich mindestens zwei Seiten und zwei Winkel. Ich kenne aber nur einen, beziehungsweise eines gesucht. Die beiden anderen sind nicht bekannt, deswegen wird der Sinussatz nicht funktionieren. Für den Kosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel, das würde hier super funktionieren. Drei Seiten kenne ich, Winkel ist gesucht, also setze ich den Kosinussatz an. Da ich den Winkel gleich gesucht habe, kann ich hier auch die zweite Formel nehmen, die hier drin steht, die ist schon nach dem Winkel aufgelöst, oder ich benutze die erste und forme sie um oder benutze den Säufer zur Hilfe. Also ich mache mal ganz normal die, stelle ich mal die obere Formel auf. a² gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Kosinuss von Alpha. Hier ist nur ganz wichtig, dass der Winkel Alpha immer der Seite A gegenüberliegt. Das heißt, den Winkel, den wir berechnen, die gegenüberliegende Seite, mit der beginnen wir immer. Ja, ich habe jetzt hier den Winkel bei A, also muss ich mit der gegenüberliegenden Seite beginnen, das ist die Seite bc. Also folgt da halt, ich schreibe es nochmal so auf, Winkel b, a, c wollen wir berechnen. Dann Kosinussatz, gegenüberliegt die Strecke bc. Also bc² ist gleich jetzt die beiden anderen Strecken, welche man zuerst nimmt, ist vollkommen egal. ab² plus ac² minus 2 mal ab mal ac mal Kosinuss des Winkels, Winkel b, a, c. So, setzen wir bekannte Größen ein. bc sind 10, also a mal c² ist gleich ab sind 4² plus 12² minus 2 mal 4 mal 12 mal Kosinuss vom gesuchten Winkel b, a, c. So, wie gesagt, das kann ich jetzt in den Säufer eingeben oder per Umformung. Oder hätte ich gleich mit der Formel hier beginnen können. Ja, im Prinzip muss ich das nur abschreiben. Kann ich jetzt umformen zu, vielleicht ist der Sinn dahinter, ich bringe zuerst hier das 4² und das 12² auf die andere Seite mit minus 4² und minus 12² und dann teile ich noch durch minus 2 mal 4 mal 12 und dann kommt genau diese Struktur raus, die ich drüben in der Formel stehen habe. Also Kosinuss von Winkel b, a, c ist gleich b² plus c², das waren hier 4² und 12², minus a², das sind die 10, also minus 10² geteilt durch 2 mal b, also 4 mal c, das sind 12. So, das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eintippen und dann kommt unsere gesuchte Winkelgröße von 51,32 Grad raus. Ja, dann wäre die Aufgabe auch schon fertig.